Und Boris von Morgenstern hat sich als Denunziant geoutet, der das aktuelle Regierungsnarrativ pusht und Leute, die sich kritisch dazu äußern, aus ihrem Job entfernt. Und das wirklich mit wibligsten Vorwürfen, die sich durch nichts belegen lassen. Aber wie gesagt, seht selbst. Der SWR entbindet Helen Fares von ihren Moderationsaufgaben. Das ist die wahrscheinlich beste Meldung, die ich seit Tagen irgendwie zu lesen bekommen habe. Diese junge Dame, die für den SWR tätig ist, hat vor kurzem auf sich aufmerksam gemacht. Auf ihrem Instagram-Account hat sie für eine App geworben, bei der man diverse Produkte beim Einkaufen eingeben kann. Und dann erfährt man, ob diese in irgendeinem Zusammenhang mit dem Staat, mit dem Land Israel stehen. Wenn dem so sei. So, jetzt erstmal, bevor wir zu den Vorwürfen von Boris von Morgenstern gleich kommen, die ihr auch schon im Titel lesen konntet. Ich bin grundsätzlich gegen Boykottaufrufe gegen Israel. Ich bin dafür, dass man politische Konflikte politisch löst, dass der Ostkonflikt diplomatisch gelöst wird. Weil ich bin gegen Boykottaufrufe. Sowohl gegen Wirtschaftssanktionen, als auch gegen so private Boykottaufrufe. Das finde ich ja auch bei Russland falsch. Ich bin ja auch gegen die Russlandsanktionen. Ich bin auch gegen Boykottaufrufe gegen Russland, was für ein Unsinn da verbreitet wird. Also wäre es ja jetzt irgendwie ein Doppelstandard, wenn ich bei Israel plötzlich dafür wäre. Also ich bin dagegen. Aber das ist nicht das, was ich hier bei Boris von Morgenstern kritisieren möchte. Denn dass die Journalistin dafür ist, das ist ja erstmal ihre private Meinung. Wie gesagt, die finde ich falsch. Aber jetzt hört mal, was Boris von Morgenstern daraus macht. Dann soll man laut ihr diese Produkte eben nicht mehr kaufen, damit man irgendwie Israel boykottieren und schaden kann. Der eine oder andere wird jetzt Flashbacks bekommen an die dunkelsten Zeiten. Ja, den Maßstab für schlimme Dinge in Deutschland. Eine andere Formulierung wäre, kauft nicht bei Juden. Aber es bleibt nicht... Das ist eine unfassbare Verleumdung. Erstmal zwei Dritte der Juden, die es weltweit gibt, leben außerhalb Israels. Zweitens kann man die israelische Bevölkerung nicht mit der israelischen Regierung gleichen, deren Verhalten die SWR-Journalistin hier ja offensichtlich nicht sonderlich gut heißt. Also das ist wirklich ein unfassbarer Angriff, der sich durch nichts rechtfertigen lässt. Also Boris von Morgenstern kramt ja Antisemitismus-Vorwürfe aus der Kiste, die man durch nichts rechtfertigen kann. Also das ist wirklich übelste Verleumdung. Das sind die Methoden der Altparteien. Das sind die Methoden der deutschen Regierung. Wenn es daran geht, Kritik an ihrer Haltung gegenüber Israel mundtot zu machen. Und ja, diese Haltung biedert sich Boris von Morgenstern auf die sicherlichstmögliche Art und Weise an. Nicht nur bei der Bewerbung für diese App. Sie bezeichnet das Vorgehen Israels im Palästina im Gazastreifen als einen Genozid. Ihr Instagram-Beitrag, in dem sie für diese App wirbt, hat der ÖR-Antisemitismus-Watch-Blog oder Account auf x-emals Twitter geteilt. In dem Beitrag spricht sie davon, dass sie jetzt ihren Lieblings-Alpro... Ich würde, wenn ich diese Journalistin wäre, sowohl gegen Boris von Morgenstern als auch gegen diesen Antisemitismus-Blog juristisch vorgehen. Das kann ich an der Stelle mal sagen. Kakaodrink nicht mehr kaufen könne, der hätte sie irgendwie immer beruhigt oder runtergebracht oder irgendwie... Also, es klingt zumindest so ein bisschen theatralisch. Das Problem daran ist, Alpro gehört zu Danone. Danone wiederum wurde 1919 von Isaac Carasso gegründet, einem sephardischen Juden. Ja, ich habe dem SWR gestern eine Mail geschrieben und wollte wissen, ob ihnen bewusst ist, dass sie ihre Mitarbeiterin Helen Fares auf ihrem Instagram-Account vor eine App wirbt, in welcher Produkte, die im Zusammenhang mit Israel stehen, boykottiert werden sollen. Des Weiteren teilt sie Beiträge, in denen Israel ein Genozid vorgeworfen wird. Ich wollte wissen, ob dem SWR die Beiträge... Wirklich das niederlichste Denunziantentum. Also, das, was ich... Also, diese Obrigkeitshörigkeit, diese Unterwürfe und dieses Denunziantentum, das ist ja etwas, was ich in Deutschland absolut nicht mag. Und Boris von Morgenstern verkörpert das hier in Perfektion. Wie gesagt, völlig egal, wie man zu dem Thema steht, den Boykottaufruf lehne ich ab. Über den Begriff Genozid, das ist jetzt nochmal eine vollkommen andere Debatte. Aber auf dieser Basis jemand anderem jetzt vorzuwerfen, dass er etwas gegen Juden hätte, ist so irre. Das ist so bösartig. Das ist so verleumderisch. Das kann man nicht in Worte fassen. Also, Boris von Morgenstern verlässt hier die Ebene der sachlichen Debatte und wechselt gleich zur absoluten Feindschaft. Also, eine schlimmere Eskalation, die gibt es nicht mehr. Also, das ist wirklich einer der widerlichsten Denunzianten aus dem rechten Lager, die mir bisher untergekommen sind. ... ihrer Mitarbeiterin bekannt sind und wenn dem so ist, welche Konsequenzen sie als Unternehmen aus dieser Erkenntnis ziehen werden. Dann habe ich noch die Bilder der Storys, die gestern übrigens noch verfügbar waren. Bitte schmeißt sie mal raus, weil sie eine abweichende Meinung hat. Das hat er hier an den SWR geschrieben. ... im Anhang geteilt. Da hat sie unter anderem geschrieben, download it here. Das ist die No-Thanks-App. Alles ist politisch, vor allem unser Konsumverhalten. Wir sollten keine Unternehmen unterstützen, die einen Apartheidsstaat, der einen Genozid betreibt, irgendwie unterstützt. Ja. Heute Morgen um 8.30 Uhr hat der SWR mir dann geantwortet. Liebe von Morgenstern, wir haben Ihre Anfrage gehalten und melden uns bei Ihnen. Kommunikation, Presse und Public Affairs. Dann die freudige Nachricht um 18 Uhr. Da verstehen sich der ÖAR und der rechte Blogger hier wunderbar. Wenn es darum geht, Kritiker an der israelischen Regierung mundtot zu machen, da verstehen die sich... ... uhr 6, also vor gut einer Stunde, als ich jetzt das Video gerade aufnehme, an die Redaktionen aktuelles Medien. SWR entbindet Helen Fares von Moderationsaufgaben. Stuttgart. Moderatorin Helen Fares wird nicht mehr das digitale Dialogformat Mixed Talk vom SWR moderieren. Der SWR hat sie von ihren Moderationsaufgaben entbunden, nachdem sie wiederholt auf ihrem privaten Social-Media-Account extreme politische Positionen geäußert hat. Zuletzt... ...eine andere Position hatte als die deutsche Bundesregierung. Also das ist ja ein anderes Wort für Extremismus. Wenn du nicht das sagst, was Robert Habeck sagt, bist du ein Extremist. Wenn du nicht das sagst, was Nancy Faeser sagt, Extremist. Also das ist ja auch bei der AfD so. Aber wenn man plötzlich gegen andere Leute hetzen kann, die ja Muslime sind, die anders aussehen, die auch noch die israelische Regierung kritisieren, ganz böse, dann sofort draufhauen. Also dann verwendet die AfD genau die gleichen Methoden, zusammen in Kooperation mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn es halt gegen die eigenen Gegner geht. Es ist ein sehr schönes Beispiel, wie gut die Anbiederung der AfD an die Altparteien und die ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk allgegenwärtige Parteienkorruption hier aussieht. ...es um die Nutzung einer App, mit der Ware identifiziert werden können, die auf einer Boykottliste stünden, um mit dem Kauf solcher Produkte die israelische Wirtschaft nicht zu unterstützen. Schon zuvor hatte Helen Faes zum Boykott israelischer Erzeugnisse aufgerufen. Dem SWR ist es wichtig, dass der in Rede stehende Post nicht im Kontext einer Beschäftigung für den SWR entstanden ist. Der SWR hat Frau Faes darauf hingewiesen, dass für Moderatorinnen und Moderatoren eines Debattenformats zum Schutz der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Sendung eine Pflicht zur Neutralität gelte. Diese Neutralität ließ Frau Faes ... ...wester Witz des Tages. Deswegen durfte auch Jan Schippmann beispielsweise, das ist jetzt nur ein Beispiel für den Funkmoderator, gegen die Friedensbewegung hetzen. Also in übelster Art und Weise jeden in der Nähe von der Ukraine einfach nur gesagt hat, ich will Frieden in der Ukraine. Wirklich, kann man sich nicht ausdenken. Also das ist der beste Witz des Tages mit der Neutralität. Es besteht keine Neutralitätsverpflichtung. Es besteht eine Verpflichtung, sich auf Regierungslinien zu äußern. ... ihren Social-Media-Aktivitäten vermissen. Der SWR hat klare Regeln für den Umgang mit Äußerungen auf Social Media. Auch wenn Journalistinnen und Journalisten selbstverständlich eine politische Meinung haben können, darf die Unabhängigkeit des SWR und jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters durch Social-Media-Aktivitäten nicht beeinträchtigt oder in Zweifel gezogen werden. Diesen Grundsatz sieht der SWR im konkreten Fall verletzt. Infos auch unter SWR entbindet Helen Fares von Moderationsaufgaben. Hat meine E-Mail, meine Anfrage, meinen Hinweis darauf in irgendeiner Form dazu beigetragen, um ehrlich zu sein? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich durchaus gefreut, als ich diese Mitteilung bekommen habe. Und auch wenn es möglicherweise nicht viel ist. Ich habe mich gefreut. Ich habe jemanden denunziert, weil er eine andere Meinung als die Regierung hatte. Und öffentlich-rechtlich Rundfunk hat ihn sogar entlassen. Ist das nicht toll? Ich sage ja, das erinnert mich tatsächlich an, ich will jetzt nicht geschichtliche Bezüge machen, aber an die schlimmsten Eigenschaften, die ich in der deutschen Bevölkerung vertreten sehe. Wirklich. Schritt für die deutsche Bevölkerung. Ein großer Schritt im Kampf gegen den immer weiter ausufernden und politisch durchaus einseitig verfärbten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit diesen Worten entlasse ich euch. Ja, Hauptsache der öffentlich-rechtliche Rundfunk entfernt, ja, entfernt Leute dann, wenn die AfD das wollen. Dann ist das natürlich gut. Also wie gesagt, Boris von Morgenstern ist bei der Israel-Thematik auf Regierungslinie. Also versuchte er jetzt jeden wegzukanceln, der hier nicht auf Regierungslinie ist. Also bei jedem anderen Thema würde er das verurteilen. Also könnt ihr euch nicht ausdenken. Dieses Denunziantentum, diese Unterwürfigkeit, diese Obrigkeitshörigkeit zeigt, dass die AfD kein Stück besser ist als die Altparteien, zeigt, dass sie genauso zensieren wird, dass sie auch alle, die nicht auf transatlantischer Linie sein werden, dass sie die wegzensieren wird. Ich meine, hier geht es ja letztlich um die Treue zu einem US-Versahlenstaat. Israel ist der engste Verbündete der USA im Nahen Osten. Und dementsprechend ist hier in Deutschland die Treue gegenüber Israel natürlich festgeschrieben. Das ist begründet letztendlich in der transatlantischen Beziehung. Deutschland ist eine amerikanische Versahlenstaat. Israel ist eine amerikanische Versahlenstaat. Entsprechend müssen wir zu anderen amerikanischen Versahlenstaaten sein. Darin ist das begründet. Und das wird hier von Boris von Morgenstern hochgehalten, verteidigt und mit diesem Denunziantentum bedacht. Also Boris von Morgenstern ist ein entbärmlicher Denunziant. Die AfD würde nichts besser machen als die Altparteien, zumindest nicht, was Außenpolitik betrifft. Das sind doch zwei sehr spannende Erkenntnisse für, ja, fürs nächste Mal. Das sind doch zwei sehr spannende Erkenntnisse. Das sind doch zwei sehr spannende Erkenntnisse. Vielen Dank.